Palmsonntag, so wie die Ereignisse im Johannes-Evangelium beschrieben werden. Am folgenden Tag hörte die Volksmenge, die zum Fest kamen, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie nahmen Zweige von den Palmbäumen, zogen ihm entgegen und riefen, Hosianna, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Er ist der König von Israel. Jesus fand ein Eselsfüllen und setzte sich darauf, dem Schriftwort entsprechend, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen des lastbaren Tieres. Die Jünger waren sich zuerst dessen, was geschah, nicht bewusst. Später aber, als sich die Geistgestalt Jesu geoffenbart hatte, erinnerten sie sich daran, dass es in der Schrift bereits vorher verkündigt war und dass sie selbst zur Erfüllung des Schriftwortes beigetragen hatten. Das Volk, das dabei gewesen war, wie er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bekannte sich zu ihm. Aus diesem Grund war ihm auch das Volk entgegengezogen. Sie hatten von dem Zeichen gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sprachen zueinander, da seht ihr, ihr bemüht euch umsonst. Alle Welt folgt ihm nach. Unter denen, die hinaufzogen, um zum Fest ihre Gebete zu verrichten, waren auch einige Griechen. Diese traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging hin und sprach mit Andreas. Und so kamen Andreas und Philippus zu Jesus, um mit ihm zu sprechen. Und Jesus sprach zu ihnen, Nun ist die Stunde gekommen. Da sich der Sohn des Menschen offenbaren soll, In seiner wahren Gestalt. Amen, ich sage euch. Wenn das Samenkorn, das in die Erde fällt, nicht erstirbt, Bleibt es, was es ist. Er stirbt es aber, So trägt es viele Frucht. Wer das eigene Leben liebt, Wird es verlieren. Wer aber all das in seiner Seele missachtet, Was der Vergänglichkeit angehört, Der bewahrt sein Leben Für das todlose, wahre Dasein. Wer mir dienen will, Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Wege folgen. Wo ich bin, muss auch der sein, der mir dienen will. Und den, der mir dient, wird mein Vater lieben. Jetzt ist meine Seele voll tiefer Erschütterung. Was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber um dieses Geschehens willen, Musste ich ja in diese Stunde kommen. Vater, offenbare dein Wesen. Da ertönte eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe dich geoffenbart und werde dich von Neuem offenbaren. Das Volk, das dabei stand und zuhörte, sprach. Es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Jesus aber sprach, Nicht um meinetwillen lässt sich diese Stimme vernehmen, Sondern um euretwillen. Jetzt ist die Stunde der Entscheidung für die ganze Welt gekommen. Der Herrscher dieser Welt wird ausgestoßen werden. Wenn ich erhöht bin aus dem Erdendasein, Werde ich alle zu mir emporziehen. Dies sagte er, um auf den Tod hinzudeuten, dem er entgegenging. Da antwortete ihm das Volk, Wir haben doch immer, wenn wir im Gesetz unterwiesen wurden, gehört, Der Messias bleibe und führe alle hinüber in das kommende Zeitalter. Wie kannst du sagen, der Sohn des Menschen ist erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Jesus antwortete, Noch eine kurze Zeit ist das Licht in eurer Mitte. Geht eurem Pfad, solange ihr das Licht habt, Damit die Finsternis euch nicht überwältige. Wer in der Finsternis wandelt, Weiß nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, solange ihr es habt, Auf das ihr Söhne des Lichtes werdet. So berichtet Johannes von Geschehnissen des Palmsonntags. Wir wollen diesen Bericht noch ein wenig nachlauschen. Es war der Palmsonntag, Ende des Monats März, In den letzten Tagen. Der 3. April ist der historische Karfreitag gewesen. Nach diesem Ereignis hatte sich Jesus mit den Jüngern im Verborgenen aufgehalten. Und diejenigen, die dieses Ereignis der Erweckung des Lazarus miterlebt hatten, Warteten seither sehnsüchtig, dass er wieder erscheine. Und die sind es nun, die in diesen Empfangbereiten Palmenzweige abschlagen und auf den Weg streuen. Und die Hosianna Freude in der Höhe, Gnade und Hilfe kommt vom Himmel her riefen. Also zunächst ist da am Anfang der Karwoche eine große Freude. So wie eine große Freude im Himmel war bei der Geburt Jesu. Wie da es im Evangelium heißt, da offenbarte sich der Chor der himmlischen Hierarchien, die da sangen, geoffenbart sei Gott in den Höhen und Friede auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind. Und nun ist dieser Freudenjubelgesang bei den Menschen angekommen, bei denen, die schon etwas empfunden hatten vom Wesen Christi, das sich durch Jesus offenbarte, indem sie diese Auferweckung, diese Einweihung des Lazarus miterlebt hatten. Kindheitsglanz, Ursprungsglanz, Himmelsglanz überleuchtet den Palmsonntag. Und das ist auch gleichzeitig so etwas, was das Leben jedes einzelnen Menschen am Anfang überglänzt. Das ist die Kindheitshimmelskräfte. Und es ist oft vor allen Dingen im Leben die Frage, wie können wir den Anschluss an diese Kindheitskräfte aufrechterhalten, auch noch im hohen Alter. Das heißt, ein Mögliches, was wir ganz leicht üben können, dass wir Dankbarkeit üben, dass wir in besonderen Zeiten mit jedem Atemzug, mit jedem Blick, mit jeder Bewegung unserer Hände Dankbarkeit da hineinschicken, so wie es in einem wunderschönen Kinderabendgebet, das Rudolf Steiner geschrieben hat, heißt, mein Herz dankt, dass mein Auge sehen darf, dass mein Ohr hören darf, dass ich wachend fühlen darf, und so weiter. Da wird nicht gesagt, das Herz soll danken, sondern das Herz dankt. Und wenn es uns gelingt, in diese Herzensebene zu kommen, dann können wir erleben, wie auch wir von dieser Dankbarkeit uns durchdrungen fühlen dürfen. Und wer dankbar ist, der gewinnt an diese Ursprungs-Kindheitskräfte Anschluss. So wie es offensichtlich Mozart in seinem Leben gelungen ist. Er schreibt einmal an seine Schwester, Weißt du, ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen als erstes zu denken, Lieber Gott, ich danke dir, dass ich noch einen Tag leben darf. Und wenn wir seine Musik erleben können, wir das sozusagen mit Händen greifen, wie er aus diesem Himmelsglanz des Kindlichen komponieren konnte. Wie das, was ein Kind in den ersten drei Jahren noch überleuchtet, wie das bei ihm das ganze Leben so wie zur Verfügung stand, als ein Quell unendlicher Inspirationen. also Palmsonntag Einzug in die Menschenwelt. Und so wie damals die Menschen in Freuden Gesänge ausbrachen, so soll es immer mehr werden, dass immer mehr Menschen durch die Begegnung mit Christus in diesem Jubel ausbrechen, dass sie sagen können, Hosianna, Gott in den Höhen, er sei gelobt, dass er seinen Sohn in die Erdenwelt hat kommen lassen. Allen wünsche ich eine tief erlebte, gute Karwoche.